heute verdienen wir mehr als 300 euro pro tag mit digistore 24 und ich zeige dir wie ich es mache ich zeige dir beispiele für eine webseite ein beispiel für youtube kanal ein beispiel wie du eine reichweite aufbaust und 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 wir gehen heute in das digistore 24 thema rein weil ich habe so viele fragen auf instagram bekommen hey michael wie kann ich geld verdienen mit instagram was sind die voraussetzungen brauche ich ein gewerbe und das klären wir heute alles und wenn du hilfe brauchst schreibt mich auf instagram am besten an dort halte ich michael kurzer verlinke ich auch im ersten kommentar mein instagram account schreibe ich einfach an und dann sage ich dir hier ich habe dazu schon ein video gemacht zu dem thema oder 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 ja und du bist auf dem kanal michael kurzer von null auf sechs stelle ich gerne abonnieren jan die glocke betätigen um kein video mehr zu verpassen und wir fangen auch sofort an wer ich habe gleich die ganzen fertigen sachen da und gibt dir tipps wie das alle bleibt auf jeden fall bis zum fluss die ist auf 24 ist eigentlich ein zahlungsanbieter ein vermittler zwischen den affiliates und den leuten die ein produkt haben wenn dorn das produkt kann bei digistore 24 ein event sein ein video kurs ein ebook eine schulung oder 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 ein telefonat alles mögliche meistens digitale produkte aber diese events zum beispiel das geht auch unter umständen gibt es auch ein paar physische produkte wie bücher und also und digistore verkauft das im namen der vendoren und die affiliates können uns bewerben der vorteil für die affiliates ist dass sie auf jeden fall immer ihr geld bekommen das ist er der erste größte vorteil weil ich hatte das selbst schon ich hatte mich angemeldet bei partnerprogrammen die nur ein produkt haben und dann läufst du den provision hinterher bei digistore denen ist das egal ob sie den vendor was auszahlen oder den affiliate oder so das kommt immer pünktlich und so also das ist schon mal das beste an digistore 24 du läufst nicht dein geld hinterher weil digistore behält das sofort ein und zahlt sich an den vendor aus und du bekommst dann dein geld so auch mal ein gewerbe erste frage ja sobald du also wir reden jetzt von deutschland das gibt natürlich ganz viele andere länder du kannst genauso gut in afrika business machen so da kann es anders sein in deutschland ist es so wenn du halt ja gewinnabsichten hast solltest du gewerbe anwenden es gibt immer mal wieder so die sachen dass leute sagen ja du kannst so ein gewerbe auch drei monate später noch anmelden oder so und erst mal anfangen ob das alles so sinnvoll ist hol dir rechtlich im beistand deshalb ich bin kein rechtsanwalt kein steuerberater und so aber generell ja du musst ein gewerbe haben und ein gewerbe ist cool weil wenn du ein gewerbe hast und du nimmst nicht die kleinen gewerbesteuerregelungen dass du keine umsatzsteuer und so abführst und so dann kannst du zum beispiel wenn du dir ein iphone kauf sind so die mehrwertsteuer zurückbekommen du kannst dein computer absetzen du kannst reisen zum online marketing event absetzen das hotel absetzen für die reise und und das macht auch auf jeden fall sinn du kannst sogar wenn du mein jetze dafür jetzt system kauft das als schulung gab es auch meine master mal kannst du absetzen solltest du noch mal mit steuerberater reden und so und aber generell so schulungen und so weiter oder auch bücher für dein business du sagst hey ich habe irgendeine firma und ich muss dafür excel lernen und dann kannst du auch so bücher ja absetzen also ganz ganz wichtig deshalb lohnt sich das ding ist doch 24 der marktplatz und so registrieren ist relativ einfach du gibst hier ein paar daten ein und das war's du kannst ja hier vorne aussuchen ob du noch verliert werden willst und wenn du das ist noch das wichtigste mach beides sofort falls du irgendwann mal eigene produkte das kostet nicht mehr wichtig ist der benutzernamen das ist das einzelne was auch noch wichtig ist also dass das hier oben als vendor und verliert bleibt und der benutzernamen warum der steht nachher in allen deinen links und das ist total wichtig dass das auf jeden fall ein name ist ich sehe das sehr oft dass die namen dann halt irgendwie irgendwie so sind also keine ahnung irgendwie so dass die echt doof aussehen und dann steht hier vorne immer in deinen link drin und das kleine x große x und so da hast du natürlich schreibfehler drin besser ist natürlich wenn das ding heißt michael zum beispiel bei mich ja sie ist immer gekommen habe ich richtig geschrieben und deshalb fantasien namen kannst du rein machen aber die müssen natürlich dann hat immer richtig geschrieben weil wenn die dann hat nachher wenn du die mal per hand eintragen musste oder so bekommst du keine provision wenn da hat das x kleines das x groß ist oder irgendein schreibfehler drin ist du verdienst dann kein geld erste große fehler ok daten eingeben und du brauchst am anfang deine steuernummer wohl noch nicht angeben das erst bei der ersten auszahlung und das ist auch die frage wenn du unter 18 bist oder so du kannst die steuernummer nachreisen reichen und dann bekommst du halt das geld ausbaut hat also es verfällt auch nicht das bleibt einfach auf dein konto und die aussage brauchst du auf jeden fall du kannst es natürlich wenn du jetzt nur erst 17 bist oder so das mit deinen großen bruder machen mit deinen eltern oder so das business aufziehen und da war ich immer wieder gefragt wenn du andere fragen hast gerne wie gesagt auf instagram so das haben wir jetzt dann bist du hier das ist mein demo account ja und ich habe auch mein demo account so ein paar test immer mal wieder am laufen und verdient auch ab und zu mal geld aber im großen ganzen ist das halt ein demo account du siehst dann hier deine tageseinnahmen und und kannst du ja auch so ein bisschen rumspielen und kannst du dann halt so die wichtigsten sachen einstellen und so also alles ganz gut hier oben hast du so eine einstellung zwischen wende und affiliiert jetzt kommt es wir haben ja auf dem marktplatz da finden wir unsere produkte und ich hatte gestern jemand der hat dann halt hier ein screenshot von gemacht und meint das poste ich auf instagram diesen screenshot also komplett dieses bild hier so und dann mache ich den link da rein und dann verdiene ich geld nein du musst natürlich verkauf erzielen also es gibt ganz wenige pay per click sachen oder wenn du halt ein lied einsammelt oder so aber das fährste ist halt du hast den verkauf erzählt und da ist es sehr sehr wichtig du musst dieses produkt verstehen wenn du nicht weiß was klick tipp ist kannst du das auch nicht an die richtigen leute empfehlen und gestern der junge der mich angeschrieben hat meint ja das poste ich auf instagram und dann verdiene ich geld nein deine freunde wollen höchstwahrscheinlich nicht klick tipp kaufen klick tipp ist ein e mail marketing programm und du musst da halt gucken ob sie die zielgruppe ansprechen kannst und die ideale zielgruppe zum beispiel für klick tipp ist halt unternehmer selbstständige ja vielleicht sogar im bereich online oder halt aber auch shopbetreiber selbstständige die halt dann halt ein friseur laden haben und sammeln e mail adressen ein und so also das ist sehr sehr viel aber von deinen freunden wird höchstwahrscheinlich keiner klick tipp kaufen weil er nicht selbstständig ist deshalb du musst die zielgruppe finden es gibt hier ganz ganz viele tolle produkte und natürlich gibt es hier auch mehrere sachen da kommen wir gleich dann halt ich habe schon die tabs auf wie man halt klick tipp promoten kann aber und dann war meinte dann dieses produkt man ja du kennst du weißt doch gar nicht was es ist damit macht man einen mitgliederbereich also wenn du deinen eigenen video kurs machen willst und der musste halt die leute da halt finden und so ja man kann da gut geld mit verdienen und ich habe ihnen dann gesagt schau doch lieber dass du halt hier irgendwas anderes findet zum beispiel war es etwas mit war das wie fifa oder so es gibt hier so fifa live trading und so und keine ahnung was oder fifa ausbildung zum trader oder so keine ahnung sowas höchstwahrscheinlich wenn du 18 bist und deine freunde spielen alle fifa oder so dann ist das hier ist wahrscheinlich etwas was du viel besser promoten kann ja also du musst das produkt verstehen das ist echt wichtig damit du auch weißt wem empfiehlst du so etwas wenn du natürlich zum beispiel auch ein anderes partnerprogramm ist und lego und so du weißt ich habe ein paar leute in meinem umkreis die lego fans sind und den schickste ein link von lego und die haben das produkt noch nicht oder du sagst hey wenn du etwas kaufen möchtest von lego sagt bescheid ich suche dir ein gutes angebot raus dann kauft das immer mein link was geht natürlich auch aber wenn du den jetzt was vom playmobil schicks kaufen das nicht weil die lego fans sind und kein playmobil sammler sind also sollte klar sein oder wie acht instagram anschreiben such dir vernünftige produkte es gibt sogar noch viel viel mehr wenn du marktplatz von mir haben willst mit einer auflistung von produkten die nicht auf dem marktplatz sind hier auf diesem marktplatz dann schreibt mich auch auf instagram an das schicke ich den link zu machen wir einfach ganz einfach so dann du kannst du jetzt diese produkte promoten und ja wir haben hier vorne den link das war die nächste frage wenn ich jetzt darauf klicken wie werde ich dann halt dann nehme ich einfach diesen link und dann was soll ich dann machen naja hier vorne wir haben ja gerade gesagt hast du dir einen guten namen aussuchen solltest bei der anmeldung weißt du noch mit den x klein und groß und so und der ist hier drin und der sorgt dafür dass du dann deine provision bekommst das ist sehr sehr wichtig dann wird ein cookie auf dem computer auf dem endgerät und installiert und wenn dann halt der kunde kauft weiß digistore 24 der verkauf ist über pixel über partner name entstanden zum beispiel wenn er jetzt dein name steht ist der verkauf über deinen namen es gibt noch viele andere sachen gutschein codes und so weiter aber da wollen wir heute nicht darauf eingehen also dadurch weiß dann halt digistore 24 das partner name du siehst auch hier vorne wenn ich hier hoch scrolle dann ist da halt irgendwo war dann halt auf der seite um meinen account name eingeblendet das ist sehr sehr wichtig also und wir haben hier vorne dann halten anderer platzseiter steht und nicht deinen namen und dann verdienst du kein geld dann hast du irgendwo ein fehler eingebaut jetzt kannst du natürlich mehrere sachen machen du kannst natürlich auch ein instagram kanal aufbauen mit produktempfehlungen instagram ist so als anfänger echt schwierig geworden also so diese accounts früher wo du halt dir gratis bücher rausgesucht hast du hast einfach hier buch eingegeben und es gibt ja noch vier andere bücher und du hast einfach diese bücher vermittelt und dafür hast du fünf euro provision bekommen hast du 20 bücher vermittelt am tag was echt nicht schwierig ist hast du einfach mal so 100 euro verdient oder so vielleicht noch ein paar upsells oder so irgendeinen grundlagen die bilder gerade nicht so jetzt sind die bilder da und du könntest jetzt ein instagram kanal bauen mit dem besten gratis büchern und du siehst es gibt einfach total viele gratis bücher und so und du könntest die hat jeden tag promoten wäre das erste was das ist so die das einfachste oder so du könntest das auf instagram machen und dann hat hier bücher rein posten in deinen postings in deinen stories und so weiter das geht ist schwierig geworden die nächste sache die richtig genial ist und das ist ein kunde von mir so welche seiten aufbauen geh gerne auf kurse kaufen punkt.de und wenn du auch mal einen kurs kaufen möchte oder möchtest erfahrungsberichte davon kannst du hier einfach die kurse kaufen sehr sehr cool also geht auch gerne drauf und wenn du etwas kaufen möchtest und so eine seite verdient für dich 24 stunden geld ich habe dafür auch ein coaching wenn du das also aufbauen möchtest so eine seite mit mir wir bauen die auf und du brauchst keine html kenntnis nichts brauchst du dafür ich bringe dir alles bei von a nach b dass diese seite fertig ist du hast dann hier vorne kannst du suchen kannst du auch den michael suchen und dann siehst du hier meine produkte jetset leads system jetset affiliates system und 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 ganz ganz wichtig oder auch events es gibt hier events wir hatten ja gerade schon gesagt dass aber die store dass da auch events sind und 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 zum beispiel auch die kräuter die digitale vertriebsoffensive und 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 das ist sehr sehr geil und du verdienst jedes mal geld wenn dann halt jemand ein ticket für die vertriebsoffensive kauft meistens ist sogar noch so du verdienst sogar mehrmals geld weil das sind ja events und die meisten leute gehen nicht alleine auf ein event viele leute gehen zu zweit oder zu zehnt auf ein event das heißt ich habe das selbst schon sehr oft erlebt dass leute zehn tickets gekauft haben und du hast dann zum beispiel 45 euro für ein ticket bekommen kostet 99 euro so ein ticket zum beispiel 45 euro provision für mich wenn aber jemand in einem auf einmal zehn tickets kauft für seine freunde für sein unternehmen oder so das aber fast 500 euro weil die provision mal zehn ausgezahlt wird deshalb liebe ich event zum beispiel und wir bauen dann halt zusammen so ein event kalender auf das geht sehr sehr gut und wir hat du findest hier sehr sehr viele produkte die doch bei kub card und die ist doch 24 findest hier im marktplatz und du findest hier auch diese angebote diese geschenke wir hatten ja gerade auch zum beispiel auch gesagt hey bücher wir können ja auch bücher drauf gehen und dann werden wir hier so das ein oder andere gratis buch auch finden was wir im marktplatz hatten zum beispiel von dir kräuter ich glaube 650 bekommst du dafür für dieses buch hier vorne wenn du es verschenkt und die seite verdient auch wenn du nach um 3 uhr dieses buch hier kauft über diesen link auch gerne mal die seite haben dann verdienst du geld und gekauft es um 3 uhr nachts und zu verdient aber 650 oder auch die anderen bücher so zum beispiel das fokus von hermann scherer ist echt cool so funktioniert das und das musst du dir aufbauen du musst irgendwo etwas aufbauen du musst mehr wert geben damit du mit digistore 24 geld verdient einfach einen link zu nehmen in irgendeiner facebook gruppe rein zu posten das bringt dir nichts du musst halt wissen wer der zielgruppe sondern und hier bekommst du den traffic zum beispiel bei google und 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 das zeige ich zum beispiel auch in meiner mastermind wenn du da auch interesse hast gleiches spiel schreibst du mir auf instagram der nachricht und das interesse für deine mastermind ich möchte sechs monate mit ihr lernen und zusammenarbeiten okay so eine seite ist cool das kann natürlich auch ein blog so eine shopseite ist so ein bisschen dropshipping angelehnt also ein affiliate dropshipping habe ich ja also ich habe das für mich selbst gebaut und zeigt das jetzt meinen kunden so nächste möglichkeit ein youtube kanal so wie diesen hier das ist die bonus kiste erfahrungsberichte und du siehst eigentlich macht der identisches wie hier er promotet video kurse und zeigt einblicke über die video kurse zum beispiel über einen dropshipping kurs das ist sehr sehr geil das ding hat 16.000 aufrufen zwei jahren dieses video hat in zwei jahren 13.000 weißt du wie viel tausende von euro ist der da über so ein video verdient und er hat vielleicht noch ein paar youtube einnahmen und so weiter aber auch die videos die einen tag alt sind oder vier tage haben 350 aufrufe einfach mit erfahrungsberichten und das ist schon mega geil also du kannst auch einen youtube kanal machen und die ding ist doch 24 produkte auf youtube promoten du brauchst noch nicht mal ein gesicht zeigen das geht auch ohne dein gesicht zu zeigen also wir haben jetzt diese sache du machst deine webseite eigene domain und so das ist sehr sehr geil kann ich dir beibringen youtube kann ich dir auch beibringen das ist kein thema jetzt kommt eine andere sache eine e mail liste aufbauen du kennst vielleicht mal diese seite hier die kommst da kommst du hin auf michael minus kotze punkt de strich strich links und hier sammle ich e mail adressen ein weil e mail marketing richtig genial ist also ich habe natürlich auch noch eine telegramm gruppe man kann darüber eine telegramm gruppe mit digisdorf 24 geld verdienen und hier ist mein jetzeit affiliate system wenn du affiliate marketing lernen willst kannst du natürlich auch sofort kaufen aber ich habe hier vorne zum beispiel gratis geschenke und dann kommst du zu dieser seite hier hin und diese seite ist eigentlich ich schenke dir etwas zum beispiel hier mein affiliate marketing report der interessent zum thema verliert markten trägt sich ein und ich bekomme eine e mail adresse natürlich bekommt der interessent sein ebook mit mehrwert aber ich habe eine e mail ist dann halt aufgebaut durch diese ganzen geschenke die ich verteile und so eine e mail ist es auch wieder nächste möglichkeit um mit digisdorf 24 geld zu verdienen und das ist eine sehr geniale wenn du weißt wer deine anmelder sind also das heißt dann du gibst jeder e mail adresse ein tag zum beispiel wenn du dich jetzt hier einträgt bekommst du den tag dass du dich für affiliate marketing interessiert wenn du dann hier vorne ich gehe noch mal ganz kurz hier drauf wenn du dich da halt zum beispiel vorne für die youtube checkliste interessiert bekommst du den tag dass du dich für youtube interessiert das heißt du bekommst auch eher mal ein produkt angeboten von mir was um das thema youtube trete das ist ganz einfach also eine e mail ist es sehr geil ein eigener youtube kanal oder auch eine eigene webseite aber das sind so die besten möglichkeiten und mit digisdorf 24 geld zu verdienen und diese sache dass man einfach einen link irgendwo rein postet und so ja so habe ich auch angefangen und ja das kann auch mal ein glückstreffer geben oder so zum beispiel das erste geld mit digisdorf 24 ich habe im marktplatz ein produkt gesucht auswandern nach spanien oder mallorca und dann habe ich diesen link genommen habt ihr in einer auswanderer gruppe reingepackt zum thema spanien und mallorca und was ist dieses ebook hat irgendwie 37 euro kostet 15 euro provision bekommen und habe das dreimal verkauft 45 euro mit ein paar postings in dieser gruppe ich weiß nicht genau zwei drei gruppen habe ich das da eingepostet und abgewacht hey ich möchte auswandern wer kennt dieses ebook ist das halt hilfreich und damit habe ich 45 euro verdient einfach mal in keine ahnung fünf minuten mit seiner taktik das wird heute immer noch funktionieren aber die webseite ist 24 stunden online der youtube kanal ist 24 stunden online deine e mail liste oder die geschenke sind auch 24 stunden online und die leute können sich da 24 stunden eintragen und die e mail die werden automatisch rausgeschickt und so wenn du so etwas haben möchtest wenn du eine empfehlung haben möchtest zum thema e mail marketing das hey welchen anbieter benutzt und so natürlich auch auf instagram schreiben ich hoffe ich konnte jetzt so ein bisschen helfen weil das waren so ein paar sachen die die letzten tage so auf instagram aufgeploppt sind hey michael ich möchte geld verdienen aber muss ich ein gewerbe haben was ist mit den linken wie wird das eigentlich getrackt und so weiter und kann ich einfach irgendein produkt nehmen das auf instagram poste meiner story und dann verdiene ich sofort geld nein ist nicht so also wenn du weiter hilfe brauchst dann bin ich für dich da ja was soll ich sagen mein name ist michael kotze hat sie zum video geniales video ist es ja auch von mir wie gesagt und das beste ist wenn du geld verdienen möchtest im internet du brauchst dir etwas nachhaltig und ja wenn du halt geld verdient zum schlaf ich wache morgens manchmal auf und habe schon mehrere hundert euro verdient in der nacht es ist so mach gerne das plus weg nee das nennen es das habe ich ja immer auf tik tok ach man abonniert gerne meinen youtube kanal ich freue mich auch über deinen kommentar und dann sehen wir uns auf instagram oder und raus ciao